Der Zunama-Gephone mit dem Auftrag erhalte Schilde durch einen Schildsprinkler und wenn ihr das Ganze ganz schnell machen wollt, dann landet hier links unterhalb des Teichs von Lockchain Lumberyard bei unserem Freund, dem NPC, dem Lama und dort könnt ihr nämlich direkt zu euch ein Item kaufen. Das schmeißt ihr dann einfach vor euch hin, ihr bekommt dann Blue Life, ihr habt ja am Anfang der Map noch nichts und dann lasst ihr euch einfach bis auf 100 aufladen und dann habt ihr die Challenge auch schon geschafft. Ich habe hier zum Beispiel noch eine in der Kiste gefunden, also ihr müsst nicht zwingend hier landen. Ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen und geholfen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns in anderen Videos. Haut rein meine Freunde, bis dahin.